Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Abend, liebe Freude des Goethe-Instituts. Willkommen im Goethe-Instituts, liebe Freunde und liebe Melody Mix. Heute, ich muss sagen, dass ich mich erinnere mich. Warum? Weil es sechs Monate lang, wir haben eine Musik-Avente mit den Musikern des Sénégal mit viel convivialität und viel Glück. Heute, ich möchte euch die Team der Melody Mix. Ich möchte die Melody Mix sehr sehr viel applaudieren. Bonsoir Mesdames, Bonsoir Mademoiselle, Bonsoir Messieurs. Bienvenue au Goethe Institut. Donc ce soir, le Dernier Melody Mix. Avant le Ramadan, merci. Faut que ça soit clair. Donc Dernier Melody Mix avec un artiste de talent. Moi je l'appelle Mao Sunshine, il aime pas. Mais bon, on l'a connu avec ce tube. Ce tube que tout le monde a découvert, avec les radios, les télés et tout et tout et tout. Et c'est un mec que j'adore beaucoup. Je ne lui déclare pas ma flamme, j'adore les filles. Mais sérieusement, c'est un mec, quand on l'a découvert la première fois, c'est un mec qui... C'est comme Pépessé en plus, je le dis souvent, je le dis souvent à Colette, quand on le voit pour la première fois, il a le sourire aux lèvres. Et là c'est extrêmement important pour nous. Parce que nous on aime la joie de vivre et rigoler et on a découvert ça chez Mao. Donc mesdames et messieurs, ce soir, on voudrait que tout tombe, le faux plafond, tout, Goethe Institut, l'immeuble, tout, qu'il écrase tout. Parce que ce soir, c'est le dernier avant le mois de Ramadan et ça doit bouger. Mesdames et messieurs, un mec, il est beau ? Oui, il est gentil ? Et il est super riche en plus. Ça c'est vrai ? Non pas lui, lui. Donc mesdames et messieurs, un tonnerre, un maximum de bruit pour Maho Sidibé. Merci. 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 Wir essen heute Maho, hier bei Goat Institute. Wie ist die Melodie Mix? Die Melodie Mix sind gratis, mit einer gewisse Qualität. Es gibt noch nicht hier in Sénégal. Wir wissen, dass hier in Sénégal, die bei Goat Institute sind payant. Und bei Goat Institute haben wir die Möglichkeit, die Hombres Zion zu haben. National und internationaler Artikel hier, mit Scherlo. Und gratis. Das ist ein Konzept, das nicht zu lassen. Es muss die Leute kommen, die Sponsoren kommen und sie gehen. Hier haben wir eine super superstar Hombres Zion. Der Rude Boy in der Kapital. Wie sieht man? Cool, wir sind da. Super. Und die Melodie Mix, wie sieht man das? Super gut. Weil wir uns zeigen, was wir machen. Und Sie sind sehr selektiv. Es gibt Puposti, es gibt Ombres Zion. Es gibt Ombres Zion. Es gibt Ombres Scherlo und heute Maho. Es macht Spaß. Ich sehe, Sie sind sehr selektiv. Und Sie zeigen, was funktioniert. Und Sie zeigen, was funktioniert. Sie zeigen, was funktioniert. Super. Vielen Dank. Wir waren. Wir waren. Das war's. Woh, 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 woh! A vous! Chers internautes DS Dakar, on est là, mais cette fois-ci avec une superbe dame, très belle, très charmante. What's your name, madame s'il vous plaît? Edith. Edith, enchantée, Khalifa. Vous allez bien? Très bien, merci. Edith, dites-moi, c'est quoi Indilma? En fait, Indilma, c'est un service réservé un peu à l'événementiel. On fait tout ce qui est livraison, tickets de concert. Les CD, par exemple, et la livraison est gratuite. C'est vraiment pour freiner le piratage. On fait aussi tout ce qui est livraison de livres. On fait un peu tout ce qui est livraison, voilà. Et le concert de Marocidubé, comment vous le trouvez? Ah, il est génial. C'est sûr, sinon je ne serais pas là. Ah oui, le CD, il faut l'acheter, hein? Ça ne fait pas ce que vous ratez. C'est parti. 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 On a vraiment fait tout, le tout en tout cas, pour que cette soirée puisse réussir, en tout cas. Le concept de mélodie mixe, ce que j'aime bien, c'est déjà la simplicité, l'accessibilité, und das auch ermöglicht, dass viele Gruppen, die Jungs-Gruppen, die Mälange ein bisschen die Publikum, und das ermöglicht, dass alle diese Leute sich vorstellen können, nicht nur auf dem Publikum Allemann, weil es hier gibt, viele Allemann sind, sondern auch auf Sénégalais und anderen anderen. Und so, was cool ist, dass es ein Mix von Musik, und ein Mix von Personen gibt. Und das, ehrlich gesagt, es gibt nicht viele zu Dakar. Das ist ein Konzept, das ich liebe. Und ich hoffe, dass es weitergehen wird, noch, 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 in den Jahren, in den Jahren, in den Jahren, in den Jahren, in den Jahren. Inchallah. Mein Mix von Graaf ist aus dem Jahr 2014, und das ist so, dass es so, dass es so, ich bin ein bisschen überall in Dakar ist. Und ich hoffe, dass ich mehr in den Sénégal-Gruppen und auch in den Sägen-Gruppen in der Sägen-Gruppe und in der Sägen-Gruppe auch in der Sägen-Gruppe. Und ich hoffe, dass ich auch in der Sägen-Gruppe und in der Sägen-Gruppe auch in der Sägen-Gruppe und in der Sägen-Gruppe auch in der Sägen-Gruppe und in der Sägen-Gruppe auch in der Sägen-Gruppe. Und ich bin mein erstes Kind, wie man sagt. Und das ist ein Album, in der Sägen-Gruppe, und das ist so, dass es so, dass ich mich zu kennen. Und das ist so, dass es so, dass es viele Kinder gibt. Und das macht es Spaß. Es macht es Spaß, zu sehen, dass die Familie kommen, zu hören, zu hören, zu hören und zu hören. Und ich hoffe, dass Dino weitergeht, Inchallah. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du war mein Sonnensphasen. Du war mein Sonnensphasen. Dino. Du war mein Sonnenspiir. Do, never, never, never. Mit vorherЩern encauen wirts nicht. Du war mein Sonnens whopping in der Sägen-Gruppe. Zaza, Zaza, Zaza Zaza, Zaza Zaza